Erleben Sie eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Romantikhotel Schloss Bichlan. Beginnen Sie mit einem Aperitif für eine Stunde an der Punschhütte im Schlosspark oder an der Schlossbar. Folgend empfängt Sie der weihnachtlich dekorierte Festsaal für ein Feuerwerk des Gaumens bei einem 3-, 4- oder 5-Gang Gourmetmenü oder Buffet. Genießen Sie dieses Angebot ab 10 Personen zu 60 Euro pro Person im Zeitraum von 5.12. bis 22.12.2018. Für ein sorgloses Feiern stehen Ihnen die 96 Zimmer und Suiten des Schlosses zum Weihnachtsfeierspezialpreis zur Verfügung. Das Schloss Team freut sich auf Ihre Reservierungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.